hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge skates craft blog in der letzten folge haben wir unseren ember ball fertig gebaut und heute brauchen wir den kollegen hier den ember activator aber vorher brauchen wir noch den machine accessor und dafür brauchen wir eine kemeneid der eine iron plate und ein iron ok schauen wir mal wie weit wir hier kommen eine iron plate dabei wahrscheinlich das plate cast ganz praktisch ach so der erste schon drin okay plate hallo habe ich das daraus gemobst und unten liegen lassen wahrscheinlich ist es so da ist ein plate perfekt so was hat das für material kost stehe nicht dran also eins das mal ja lass mir noch mal so 6 moment 16 stück 13 14 15 16 weil wenn man kein erz mehr dass ich schmelzen kann glaube ich das ist true eisenerz ist erstmal aus wir müssen jetzt auch nicht unbedingt was nach bestellen so packen das hier rein stil ein block und zwei ingots okay vorher könnten wir natürlich noch das zeug raus gießen so theoretisch müsste jetzt noch genau eins übrig sein dann haben wir auch schon mal zwei steel plates die werden wir sicher auch noch brauchen und ein block of steel so cure might da waren aber drei stone cutter es gibt hier noch kein stone cutter mehr brauchen tatsächlich einfach mehr von dem zeug krass oder habe ich hier noch irgendwas übersehen ja gut dann brauchen wir noch mal drei das heißt wir brauchen 4 8 12 cure might haben wir es hier irgendwo eingespeichert nee brick blend clay slack und sand okay slack müssten wir oben im technikraum bekommen perfekt 26 slack wie sieht es hier aus hier ist 8 davon das kann jetzt hier wieder rein stahl kann auch mit raus ja und eigentlich müssen wir mal wieder das zeug abfüllen aber passt schon was ne gut dann das gute stil kommt hier rein genauso wie dieser block of steel auch hier rein kommt so ähm dann brauchen wir noch clay und sand und habe ich hier irgendwas für slack ne ne slack sollte hier eigentlich gar nicht sein würde ich mal von ausgehen das heißt wir packen slack einfach mal hier rein schaden tut sie nicht und dann gut dann holen wir uns da die eisenplatten raus und das kommt hier rein sehr gut eigentlich bräuchten wir oben auch einen ofen ne gibt es irgendwie einen besseren furnace als den hier aktuell ne ne wir können hier einen ganz normalen furnace machen mit glas furnace können wir nichts anfangen und sonst gibt es hier keinen furnace es sei denn äh ihr wisst da was dass es irgendwie einen sinnvolleren furnace gibt dann wäre das natürlich nice so ein iron plate ein iron außerdem brauchen wir noch eine chest ja und jetzt ist die frage eigentlich brauchen wir noch ein kabel oder sowas item item extractor vielleicht er braucht so eine platte aus vier von dem naja ich glaube das werden wir brauchen ich bin mir sogar fast sicher dass das brauchen werden wie kommen wir denn am einfachsten clay wow krass rezept ok wir kommen wir am einfachsten an den clay mit sand und starlight transmutation ist das wirklich alles was wir noch ein clay haben ist das so ein trauerspiel wirklich das ist ja schlimm ähm gehen wir mal hoch zu astra mhm astra ich habe hier sicher irgendwo vier clay wow die sind rich offenbar ist es wirklich so das ist übel ähm ups es wird natürlich auch nur bedingt was bringen hier aber wahrscheinlich besser als nix oder mal hier lager und wir müssen und das da holen müssen dann geht das schon wir haben ja gerade nacht das heißt das sollte rein theoretisch die clay produktion schon passen clay automatisieren weiß ich halt nicht ob es sich lohnt ne weiß ich halt nicht ob es sich lohnt clay zu automatisieren ich weiß nicht wie viel clay wir noch brauchen werden ein bisschen was geht schon aber für immer reicht halt auch nicht so bloß keine zeit verschwenden ich denke auch dass es nicht ultra schwer ist clay zu automatisieren 1 2 3 4 blöcke sind es nachher kommen die nehmen wir nur mit 1 2 aber muss es halt machen ne 3 4 perfekt ah ja und an alle die sich vielleicht wundern warum heute craftblock und kein all the mods kommt ist eigentlich relativ einfach zu erklären in all the mods sind wir mittlerweile an einem level angelangt wo ich in den folgen erstmal nicht weitermachen will sondern wo wir im stream weitermachen sollten da sich der atm star sehr sehr schnell weil äh dem ende zuneigt und daher müssen wir ein bisschen aufpassen 1 2 3 4 machen wir vier so platten und das will ich natürlich nicht allein in der folge irgendwie machen sondern zusammen mit joe im stream so dann nichts verschwinden man treppe ist verschwendet aber da nichts dran ändern so treppe platte ingot und wir haben ein maschine assessor so und jetzt müssen wir noch die platten brennen komm ich switch direkt auf platte eine platte für den item extractor das ist der hier da braucht zwei pipes und teilt so eine platte so item extractor warte das muss ich wieder mitnehmen und die rohe die pipes sind gepackt sind die unten oh eine item pipe das ist ein bisschen wenig haben wir nur noch eine einzige item pipe echt oh item pipe ist blei bleiplatte blei ok hauptsache blei verstehe dann holen wir uns doch mal kurz hier ein stack blei das ist das hier ne oder so viel wie geht und machen wir den ofenrunde voll so knapp eineinhalb stacks und dann soll das mal ein bisschen vor sich hin schmecken ok ist schon geschmolzen bleiplatten kommen auch schon noch raus dann können wir direkt ein paar blöcke raus gießen wenn genug da ist ja so dann haben wir hier schon mal zwei bleiplatten zwei blöcke so 16 sollte locker reichen so ich sehe immer zu dass hier nicht nur noch platten raus kommen weil das werden schon eine menge platten werden kann man bleiplatten noch für was anderes gebrauchen ach 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 ja ok ja ja gut ne doch nicht so für so viel alchemy table ne ehrlich gesagt brauchen wir gar nicht mal so viele bleiplatten das heißt es lohnt sich wahrscheinlich jetzt auf ingots umzustellen so rein da so 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 und dann zwei redstone ne so item extractor und nen lever brauchen wir noch und zwar diesen lever von embers am allerbesten weil der da am besten zupasst das ist ja teuer so ne platte aber wir bekommen ja auch vier lever raus von dem her geht das schon ok damit können wir jetzt runter zu unserem Bohrer der ein bisschen im void rum bohrt und uns hoffentlich gleich eine ganze menge an ember liefert dafür müssen wir diesen maschinen assessor hier drauf setzen dann müssen wir hier item extractor hinpacken dann das item conduit hier und dann hier eine kiste ich frag mich warum das gerade nein item extractor item extractor ne 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 vielleicht, wenn ich den Hebel dran mache und jetzt seht ihr schon, warum die Hebel, weil die sich halt hier perfekt verbinden. Braucht der hier noch einen Hebel? Nee. Oder wir sind doch noch 1 zu hoch. Wobei das hier ist Höhe 1. Das heißt, der steht schon auf Höhe 0. Tiefer kann ich doch gar nicht bauen, oder? Selbst wenn ich wollte. Nee, tiefer kann ich gar nicht bauen. Also der steht schon auf der tiefsten Ebene, die möglich ist. Wo genau ist jetzt das Problem? Also ich könnte es auch so probieren, aber eigentlich hat man noch diesen Assessor gebraucht. Zumindest connectet sich das jetzt wenigstens. Ich sehe auch gerade nicht wirklich, dass die Maschine arbeitet, ne? Ah, nee, 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 nee. Nevermind. Die braucht natürlich Treibstoff. Die braucht natürlich Treibstoff. Und zwar Kohle. Ich meine, es war Kohle. Ich glaube schon. So. Und eigentlich... Ach ja, genau. Ich wollte noch einen Waste-Down für unten machen. Das müssen wir auch dringend noch machen. Das müssen wir auch dringend noch machen. Ne, Toasted Crystal muss es sein. Toasted Crystal. Da ist ein Toasted Crystal. So, das Ding haben wir. Dann vier Enderperlen. Äh, vier Manaperlen meine ich natürlich. Haben wir sogar. Perfekt. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nochmal ein Living Rock. Jawohl. Und dann Chiseled Living Rock und Living Rock Stairs. Jetzt ist die Frage, haben wir vielleicht noch was übrig von den anderen, als wir die gebaut haben? Hier ist noch ein Chiseled Living Rock und hier ist ein Living Rock Stairs. Sehr perfekt. Das heißt, zack, 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 zack. Waystone. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Kohle mit. Ja, nehmen wir mal ein Stack mit. Und dann fliegen wir da wieder runter. Und dann setzen wir da auch gleich den Waystone. Und dann haben wir da schon mal keinen Stress mehr. Ich setze ihn einfach mal hier hin und schreibe dann, äh, äh, Ambers Drill. So. Genau, man hat das nämlich ein bisschen anders bauen müssen. Und zwar erst mal muss hier doch wieder, da ist das noch drauf. Und der braucht eigentlich auch irgendwo ein Input. Eigentlich braucht er auch irgendwo ein Input. Ich bin immer noch verwirrt, warum sich das nicht verbindet. Itempipe von Ambers. Ambers. Äh. Ja. Hm. Warte mal. Oh. Namely Kappa. Letztendlich. Es ist überall einfach unbenannt. Interessant, dass der Part hier tatsächlich gar nicht drin steht. hmmm. Wenn ich jetzt hier Kohle reinpacke, dann den Item Extractor hier hinpacke und dann hier die Pipe und dann hier den Lever. dann ist hier irgendein Item, das stuck ist. Ja, das geht hier nicht rein. Warum? Warum? Was? Itempipe Item Extractor. Warum verbindet sich die Pipe nicht? bin ich gerade so dumm? Velf. Velf. Nee. Ember Boar. Ember Boar. Aber aus irgendeinem Grund verbinden sich die... hier generell nicht so. Da sind die viel Kohle. Ganz schön gefährlich hier auf der Höhe. Ich glaube, in All the Mods habe ich das mit Ender.io gemacht. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Hm. Ich muss mal ganz kurz recherchieren, was hier los ist. So, bin zurück. Und offenbar ist das hier irgendwie ein bisschen anders als in All the Mods, denn der Excessor muss dahin. Aber auch noch nicht direkt. Okay, folgendes. Wir brauchen... Also ich habe mal geguckt, es gibt die Variante, die ich halt in All the Mods benutzt habe und noch eine andere und ich möchte jetzt die andere probieren. Sagen wir mal so, ob das wirklich die richtige ist. Das ist... durchaus nicht sichergestellt. Aber wir schauen mal. Und zwar brauchen wir dafür Iron Plates und Kappa. Und dann brauchen wir die Dinger hier. Iron Mechanical Komponents, denn ich möchte noch einen Mechanical Core machen. Da braucht er noch vier Steel und dann vier Asyl und vier Stein. Okay, kein Problem. Vier Asyl, vier Stein und vier Steel. Und wir brauchen noch noch einen Assessor. Das heißt, noch einen davon, noch einen davon und noch einen davon. Okay. Das ist jetzt dann die andere Variante, die ich noch gefunden habe. Vielleicht geht die ja hier. Das heißt, wir machen jetzt hier den Core drauf und machen dann die Dinger hier dran. Und ne, genau. Das hier ist falsch rum. Ah, jetzt sehen die auch tatsächlich so aus wie auf dem Icon auch. Ich habe mich schon gewundert. Ah, das könnte funktionieren. Und zwar brauchen wir jetzt das da. Dann Item Extractor und dann die Pipe und ah, jetzt verbindet die sich auch. kann da Kohle rein und dann kann da Ah, der Lever dran. So, aktuelles Okay, alles gefressen. Macht das schon. Ne, okay. Aktuelles Problem ist, wir kriegen das jetzt gerade nicht mehr raus. Das heißt, wir brauchen noch ganz schnell Nein, nein, nein. Falschraum, Falschraumlager. Ganz schnell in eine neue Kiste. die es auffängt. Und einen Extractor. Eine Platte, zwei Items zu Redstone. Eine Platte, zwei Item Pipes und zwei Redstone. Zack. Brill. Ich weiß nicht, ob der das dann irgendwie rauswirft. Ja, wahrscheinlich nicht, ne, weil man braucht Extractor, aber sicher. ist sicher. So, so, und so. Und jetzt sollten wir, wenn alles gut läuft, yes. Amber, also Amber Shard, Amber Crystal und Amber Grid. Nice. Very, very nice. Und damit haben wir jetzt auch hier need ender, ah ne, Amber Activator. Damit haben wir jetzt die Basis geschaffen, hier diesen Amber Activator bauen zu können, der dann das Amber, äh, also die, die Amber Crystals zu Amber macht. dafür brauchen wir noch zwei Stahldinger, Iron Bars, zwei von den Crystals und zwei Sparks. Gut, das heißt, hier noch ein kleines bisschen warten, bis noch ein zweiter Amber Crystal zusammengekommen ist. Dann den Activator machen. Okay, haben wir, perfekt. Jetzt noch den Activator machen und dann sind wir gut unterwegs. Ich würde sagen, das war es aber soweit mit der heutigen Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.